Guten Abend. Willkommen bei meinem Vortrag hier in der Reihe Faszination Astronomie Online. Mein Name ist Sonja Bernit. Ich bin ein bisschen ein Fremdkörper im Bereich der Astrophysik. Ich arbeite nämlich eigentlich in der Atomphysik, aber an der Schnittstelle zur Astrophysik. Zu meiner Person, ich arbeite derzeit für das Helmholtz-Institut in Jena und für das GSI Helmholtz-Zentrum für Schwer-Ionen-Forschung in Darmstadt. Ich habe aber auch sehr viel Zeit meines professionellen Lebens hier in Heidelberg am Max-Planck-Institut für Kernphysik verbracht und habe dort mich eigentlich immer auch schon konzentriert auf die Arbeit mit Ionen, den hohen Ladungszuständen und deren Bedeutung für die Astrophysik. Was man hier sieht auf der Startfolie, ist ein Bild unserer Sonne. Und hier ist so eine Protoperanz, die aus der Sonne rausgeschleudert wird. Das sind geladene Teilchen, die gebunden sind an Magnetfeldlinien und die herausgeschleudert werden und wieder zurückfallen auf die Sonne. Und schon als Kind habe ich mich immer gefragt, wenn in einem Buch stand oder wenn irgendwo im Fernsehen, zum Beispiel in der Knopf-Hoff-Show mit Joachim Bublath, gesagt wurde, in diesem Stern befindet sich besonders viel Kohlenstoff oder Sauerstoff, habe ich mich immer gefragt, woher wissen die Physiker und Astronomen das eigentlich? Wir können ja nicht einfach zu einem Stern hingehen, ein Stück rausschneiden und das im Labor untersuchen. Das Einzige, was uns von Sternen erreicht, hier auf der Erde, oder fast das Einzige, was uns erreicht, ist Licht. Auch ein Foto ist nichts weiter als Licht, das uns auf der Erde erreicht hat und aus dem wir dann versuchen müssen, mehr Informationen über dieses Objekt zu erhalten. Ein Grundstein für das Verständnis dieses Lichts ist, dass wir verstehen, dass Licht in seine spektralen Komponenten, also in seine Farben zerlegt werden kann. Und hier Isaac Newton zum Beispiel hat sehr viel Zeit mit Prismen experimentiert und hat herausgefunden, dass man das weiße Licht der Sonne in die Farben des Regenbogens zerlegen kann. Das haben dann andere weitergetrieben und haben ein bisschen genauer geschaut und haben festgestellt, das ist kein so ein schöner Regenbogen, sondern in diesem Regenbogen gibt es ganz viele Farben, die fehlen oder sind schwächer ausgeprägt, als man es erwarten würde. Es ist also kein glatter Verlauf. Der Erste, der das herausgefunden hat, war William Hyde Wollaston. Er hat durch ein Spektrum, er hat durch ein Prisma sich das Spektrum der Sonne angeschaut und hat darin Dunkellinien gefunden. Und berühmt geworden mit der Wiederentdeckung dieses Fakts ist dann ein paar Jahre später Josef von Fraunhofer. Und was man hier oben sehen kann, ist das Spektrum, das Herr Fraunhofer persönlich gezeichnet hat. Man sieht hier unten die Farben des Regenbogens, die er durch sein Prisma beobachtet hat und darin lauter schwarze Linien, die er eingezeichnet hat, die auch in diesem Spektrum zu sehen waren. Und zwei weitere Personen, die sich dann intensiv damit beschäftigt haben, waren hier in Heidelberg Gustav Robert Kirchhoff und Robert Wilhelm Bunsen. Beide sind vielen Leuten wahrscheinlich bekannt. Gustav Kirchhoff wegen den Kirchhoffen Regeln aus der Elektrotechnik und Robert Bunsen wegen der Erfindung des Bunsenbrennens. Aber beide haben hier in Heidelberg gearbeitet und haben diesen Apparat hier zusammen verwendet. Das ist ein einfaches Spektrometer. Man sieht ein Prisma hier in der Mitte. Man sieht ein kleines Fernrohr, durch das man das Spektrum sieht, das von dem Prisma generiert wird. Und hier ist ein anderes Fernrohr, das das Licht aus einer Flamme eines Bunsenbrenners, erfunden von Bunsen, in diesen Apparat hinein leitet. Und was man jetzt herausgefunden hat, ist, dass wenn man sich das Licht von verschiedenen Materialien, die in der Flamme verbrannt werden, typischerweise sind das Salze, anschaut, dann sieht man helle Linien in diesem Spektrum. Im Gegensatz zum Sonnenspektrum, wo man viele dunkle Linien vor einem farbigen Hintergrund sieht, sieht man, wenn man einzelne spezielle Elemente verbrennt, eine Reihe heller Linien. Und diese hellen Linien sind charakteristisch für das jeweilige Element, das dort verbrannt wird. Und Bunsen und Kirchhoff haben auf diese Art und Weise verschiedene Salze untersucht und haben auf diese Art und Weise auch bisher unbekannte Elemente gefunden. Sie haben Salze zum Beispiel aus Mineralwasserquellen eingedampft und haben kleine Mengen Salz gewonnen und haben darin die beiden Elemente Rubidium und Cäsium gefunden. Und Rubidium hat seinen Namen von der dominanten roten Färbung der Flamme, die man beobachtet hat, und Cäsium hat den Namen vom lateinischen Wort für blau, weil es zwei besonders starke blaue Linien aufreißt. Hier oben sieht man das Spektrum von Fraunhofer im Vergleich. Und jetzt sagt die Legende, und von der Legende gibt es verschiedene Varianten, aber die am häufigsten kolportierte ist folgende, dass Bunsen mit einem Prisma unterwegs war, als im Heidelberg am Schloss Festbeleuchtung war und farbige Fackeln gezündet wurden. Und diese Fackeln bekommen ihre Farbe durch verschiedene chemische Zusätze. Und er schaute durch sein Prisma auf das Schloss und er sah farbige Linien. Und er hat gedacht, hey, wenn wir identifizieren können, was in den Fackeln im Schloss ein paar hundert Meter entfernt ist, dann können wir unser Instrument doch auch auf die Sterne richten und das Licht von da untersuchen und vergleichen mit dem, was wir im Labor gemessen haben. Vielleicht können wir so rausfinden, woraus die Sterne bestehen. Und genau das haben sie gemacht. Hier ist wieder das Fraunhofer-Spektrum und man sieht hier vor allem diese Linie D, die sehr prominent ist. Es ist eine gelbe Linie und es stellt sich heraus, die liegt genau an der gleichen Stelle wie eine sehr helle gelbe Linie von Natrium. Und Bunsen und Kirchhoff waren in der Lage, große Teile der Zusammensetzung der Sonne aus so einem Spektrum herauszulesen. Jetzt ist die Frage, warum sieht man hier dunkle Linien und hier helle Linien? Naja, das ist deshalb so, weil die Sonne gibt erst einmal Licht in allen Wellenlängen ab, aber in den äußeren Bereichen, in den äußeren Schichten der Sonne, wo die Dichte sehr gering ist und wo Licht normalerweise hindurchgehen kann, da wird von den dominant vertretenen Elementen wird das Licht besonders effektiv absorbiert. Und das ist eine der Sachen, die Bunsen und Kirchhoff herausgefunden haben, die Wellenlängen von Licht, die besonders gerne absorbiert werden von einem Element, sind genau die gleichen, die auch besonders gerne abgestrahlt werden. Wenn man durch Heidelberg geht, ich habe dieses Foto persönlich am Samstag gemacht, dann findet man auch eine Gedenkkafel, auf der wird gesagt, in diesem Hause hat Kirchhoff 1895 seine mit Bunsen begründete Spektralanalyse auf Sonne und Gestirne gewandt und damit die Chemie des Weltalls erschossen. Und das war ein wichtiger, wichtiger Schritt für uns, weil plötzlich konnten wir aus der Ferne herausfinden, was da oben ist und wir haben gelernt, dass die Sterne aus den gleichen Elementen bestehen, wie die Dinge bei uns hier auf der Erde. Das ist ein modernes Sonnenspektrum und man sieht hier über die ganzen Wellenlängen verteilt, man sieht unendlich viele Linien, die zu ganz vielen verschiedenen Atomanspezies gehören. Und natürlich steckt da eine Menge Informationen drin. Jetzt eine kleine Erinnerung an ganz fundamentale Atomphysik. Wir stellen uns ein Atom, als Atomphysiker stellen wir uns das so vor, wir haben einen positiv geladenen Kern mit Protonen und Neutronen und wir haben außenrum Elektronen. Und diese Elektronen, die können sich nicht einfach auf beliebigen Bahnen bewegen, sondern die können nur ganz bestimmte Energiezustände einnehmen. Und so ein Atom möchte gerne in den niedrigsten möglichen Energiezustand fallen. Wenn jetzt ein Photon kommt, dann wird diese Energie eventuell absorbiert von einem Elektron und es kann von einem Energiezustand in einen anderen springen. Voraussetzung dafür ist, dass die Energie des Photons exakt passt auf die Übergangsenergie, also die Differenz der Energien zwischen den beiden Zuständen. Und weil das ein Zustand erhöhter Energie ist, möchte es gern zurückfallen in den Grundzustand. Und wenn es das tut, dann strahlt es dabei Photonen ab. Und zwar strahlt es in diesem Fall ein Photon ab, das genau die gleiche Energie hat, weil der Übergang hier zwischen den gleichen Zuständen erfolgt ist. Und dann endet man wieder mit einem Atom im Grundzustand. Was jetzt auch passieren kann, ist, dass Energie im Überfluss da ist und dass sehr viel Energie deponiert wird. Und was dann zum Beispiel passieren kann, ist, dass ein Elektron komplett aus dem Atom herausgeschleudert wird und dann einfach eine Lücke bleibt hier. Und diese Lücke, die möchte gern von einem anderen Elektron geschlossen werden und diese Energie muss irgendwie abgegeben werden. Und was dann passiert ist, dass zum Beispiel auch ein Photon abgestrahlt wird. Und dann endet man mit einem jetzt positiv geladenen Ion, denn die Anzahl der Protonen hat sich nicht geändert. Wir haben die gleiche Anzahl positive Ladungen, Ladungen, aber wir haben jetzt ein Elektron weniger, also haben wir plötzlich ein einfach positiv geladenes Ion. Es gibt noch jede Menge andere Prozesse, aber das sind so die fundamentalen Prozesse. Die Energie kann auch zum Beispiel von Elektronen oder von Durchstößen mit anderen Atomen übertragen werden, aber Photonen sind das einfachste Modell. Und das führt uns zu einem Element, von dem die meisten wahrscheinlich nie gehört haben. Koronium. Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine Sonnenfinsternis und die wurde beobachtet, unter anderem auch mit den neu erfundenen Spektrografen. Und was man gemacht hat, ist man hat hier die zentrale Sonnenscheibe ausgeblendet und hat sich nur die Sonnen-Corona hier außen angeschaut. Und was man dann darin sieht, ist eine ganz starke grüne Linie. Und man hat das verglichen mit allen möglichen Referenzspektren auf der Erde und man hat einfach keine Übereinstimmung gefunden. Und dann hat man gesagt, hey, das ist vielleicht ein neues Element. Und dann ging die Suche nach diesem Element los, das man vorläufig Koronium genannt hat. Es hat sich aber herausgestellt, das ist überhaupt kein neues Element, sondern wenn man beachtet, dass die Sonnen-Corona eine sehr hohe Temperatur hat, die Temperatur ist hier in Elektronenvolt gegeben, aber wir werden gleich sehen, dass das hier eine wirklich sehr hohe Temperatur ist und bei einer niedrigen Dichte, das heißt, sehr viele Stöße und alles, was mal ein Elektron durch so einen Stoß verloren hat, kriegt das Elektron nicht wieder. Das heißt, es ist sehr leicht unter solchen Bedingungen, dass ein Atom viele Elektronen verliert, die aber nie wieder bekommt, also in einen hochgeladenen Zustand sich begibt. Das nennen wir dann ein hochgeladenes Ion. Und was man hier sieht, ist sozusagen die Atomphysik-Variante des Periodensystems. Das Periodensystem ist etwas, was Chemiker benutzen. Für uns ist eher interessant, was ist die Ladung unseres Ions und was ist die Kernladung. Und was man hier sieht, ist, dass hier hinten ist Wasserstoff zum Beispiel, neutraler Wasserstoff. Hier ist neutrales Helium und einfach geladenes Helium. Lithium, einfach geladenes Lithium, zweifach geladenes Lithium und so weiter. Und hier zum Beispiel ganz oben ist das 25-fach positiv geladene Eisen. Das ist Eisen, das nur noch ein Elektron hat. Und was die Farbe hier kodiert, ist die Energie, die man braucht, um das nächste Elektron zu entfernen. Das ist das sogenannte Ionisationspotenzial. Das sagt uns also, wie viel Energie wir aufbringen müssen, um einen Schritt weiter zu gehen in dieser Kette der fortgehenden positiven Ionisierung. Und die schwarzen Linien hier, die geben die jeweiligen Energien sowohl in Kilo-Elektronenvolt als auch in Mega-Kelvin-Video. Man sieht, wir hatten vorhin gesehen hier, das hier ist in der Region von 100 Elektronenvolt. 100 Elektronenvolt, das ist hier 0,1 Kilo-Elektronenvolt. Das entspricht schon einem Mega-Kelvin. Das heißt, wenn wir Temperaturen haben, die so hoch sind, Millionen Grad, dann sind wir in der Lage, viele Elektronen zu entfernen. Wenn wir in richtig heiße Umgebungen, die Umgebung von schwarzen Löchern zum Beispiel kommen, dann können wir ganz viele Elektronen entfernen. Und es stellt sich raus, Koronium ist ein solches hochgeladenes Ion, und zwar von Eisen. Eisen 13+, das heißt 13-fach positiv geladenes Eisen, das 13 Elektronen verloren hat. Das ist das, was wir hier sehen. Und wenn man in die Sonne schaut und man weiß, wonach man sucht, und man sucht nach den Übergängen von verschiedenen hochgeladenen Zuständen von Ionen, dann findet man hier zum Beispiel ganz viele verschiedene hochgeladene Zustände von Eisen in der Sonne, von Schwefel, von Silizium, aber vor allem Eisen, weil Eisen ist ein allgegenwärtiges, schweres Element, und man muss ein schweres Element haben, damit man in diese hohen Ladungszustände kommen kann. Leichte Elemente haben einfach nicht genug Elektronen. Und was man hier sehen kann, ist, dass verschiedene Bereiche der Sonne verschiedene dominante Ladungszustände von diesen Ionen haben. Warum ist das so? Das ist so, weil man höhere Temperaturen braucht und geringere Dichten, um hohe Ladungszustände zu erreichen. Das heißt, da, wo wir höhere Ladungszustände haben, haben wir tendenziell geringere Dichten und höhere Temperaturen. Und so kann man tatsächlich etwas nicht nur über die Zusammensetzung unserer Sonne lernen, sondern auch über ihren Zustand, ihre Dichte, ihre Temperaturen. Und wenn man sich die Dopplerverschiebung von diesen Spektrallinien anschaut, die durch die Bewegungen kommen der Materie, kann man sogar die Geschwindigkeiten rekonstruieren. Und so lernen wir etwas über den Aufbau von Sternen und anderen astrophysikalischen Objekten, wie zum Beispiel hier dem Krebsnebel. Wenn man im Krebsnebel schaut, zum Beispiel im sichtbaren Bereich, dann sieht das so aus, im infraroten Bereich sieht das so aus und im Röntgenbereich sieht das so aus. Und man sieht, der Krebsnebel sieht in verschiedenen Wellenlängenbereichen sehr unterschiedlich aus. Und das liegt daran, dass das Röntgenspektrum ist von diesen hochgeladenen Ionen dominiert, im Gegensatz zum Infraroten und dem Sichtbaren. Und das heißt, alles, was im Röntgen leuchtet, ist heiße Materie, die sich schnell bewegt und kollidiert. Und das sind sehr gewalttätige Umgebungen sozusagen, während infrarot-dominierte Regionen eher kälter und ruhiger sind. Wie nimmt man jetzt so ein Bild auf? Dafür braucht man einen Röntgensatelliten, denn was man hier oben sieht, ist die Durchlässigkeit unserer Atmosphäre in verschiedenen Wellenlängenbereichen. Und man sieht, der sichtbare Bereich ist sehr durchlässig. Und auch, wenn man zu langen Wellenlängen geht, so im Radiobereich, ist die Atmosphäre durchlässig. Aber wenn man zu kurzen Wellengängen geht, in diesem Röntgenbereich, dann haben wir keine Chance von der Erde, durch diese dichte Säule aus Luft überhaupt etwas zu sehen. Das heißt, wir müssen Observatorien ins Weltall schießen. Hier sind zwei Beispiele. Hier ist an der rechten Seite das XMM-Newton. Das ist ein 1999 gestartetes Satellit der ESA. Und hier Chandra. Chandra ist auch 1999 gestartet und jetzt ist ein Satellit der NASA. Und das sind unsere beiden Arbeitspferde im Moment im Bereich der Röntgenstrahlung. Immer noch. Hier ist ein genaueres Bild von Chandra. Und was man hier sieht, ist, hier ist der Eingang und hier am hinteren Ende befindet sich eine Kamera. Hier gibt es eine Röntgenoptik, die das Licht auf diese Kamera lenkt und fokussiert. Und was man hier sieht, in der oberen linken Ecke, ist ein Zusammenbau aus Transmissionsgittern. Und Transmissionsgitter sind optische Elemente, die so ähnlich wie ein Prisma das Licht in die Spektralteile aufspalten. Das heißt, mit dieser Kamera kann man nicht nur Bilder aufnehmen von Objekten wie zum Beispiel dem Krebsnebel, das ist genau das Bild, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, sondern Sie sehen hier auch dieses Kreuz in der Mitte. Und das ist das Beugungsmuster, das von diesem Gitteraufbau erzeugt wird. Und wenn man genauer hinschaut und das ausschneidet und den Untergrund abzieht, also man macht ein Bild mit Gitter und man macht ein Bild ohne Gitter und dann zieht man das Bild ohne Gitter von dem mit Gitter ab und dann bleibt ein sauberes Spektrum übrig. Und das kann man analysieren. Eine Art Objekt, die sehr interessant sind in diesem Bereich der Röntgen-Astrophysik, sind Galaxienhaufen. Galaxienhaufen sind die größten zusammenhängenden Gebilde, die wir im Weltall beobachten können. Die bestehen aus Hunderten bis Tausenden von einzelnen Galaxien, die alle gravitativ aneinander gebunden sind. Und was man jetzt sich vergegenwärtigen muss, ist, dass wenn so viel Masse sich konzentriert und es kommt neue Masse hinzu, dann kommt die von sehr weit weg und das Gravitationspotenzial, das sie durchläuft dabei, sozusagen die potenzielle Energie, die die Masse am Anfang hatte, wird in kinetische Energie umgewandelt, wenn sie in diesen Potenzialtopf geht. Und das heißt, letztendlich heizt sich das ganze Gas in so einem Galaxienhaufen. Und das Gas in so einem Galaxienhaufen kann eben 10 bis 100 Millionen Kelvin Temperatur erreichen. Und deshalb sind solche Objekte besonders interessant für die Röntgenastrophysik, weil hier sehr viel sehr heißes Gas ist. Und es sind sehr viele interessante Fragen, zum Beispiel über die Natur der dunklen Materie, über Kühlmechanismen, über Heizmechanismen durch supermassive schwarze Löcher. Die sind alle verbunden mit der Physik dieser heißen Gase in den Galaxienhaufen. Und das ist ein modernes Spektrum, das von eben diesem gerade gesehenen Perseus-Galaxy-Cluster hier auf der linken Seite aufgenommen wurde mit einem Satelliten, der leider nicht mehr existiert. Das war der Hitomi-Satellit der japanischen Weltraumagentur, 2016 gestartet. Und die Mission endete leider auch wenige Wochen nach ihrem Start 2016 in der Selbstzerstörung des Satelliten durch eine unglückliche Aneinanderreihung von Hardware- und Software-Fehlern. Das heißt, dieser Satellit wurde ins Weltall geschossen, wurde auf den Perseus-Galaxy-Cluster ausgerichtet, es wurde dieses Spektrum aufgenommen und nicht viel mehr. Und das ist das, was wir haben von dieser Mission. Die Nachfolge-Mission ist in Planung, soll nächstes Jahr starten. Mal schauen, ob das klappt. Was man hier sieht, ist erstmal ein kontinuierlicher Untergrund und darauf jede Menge Emissionslinien, also helle Spektrallinien von ganz vielen verschiedenen Elementen in verschiedenen hohen Ladungszuständen. Diese römischen Ziffern, die man hier hinten sieht, die bezeichnen den Ladungszustand. Man sagt immer, römisch 1 ist das neutrale Atom, römisch 2 ist einfach positiv geladen, römisch 3 zweifach positiv geladen und so weiter. Und das ist ein sehr interessantes Spektrum, nicht nur, weil da viel Physik drin steckt, sondern auch, weil das ein komplett neuartiger Detektor war. Ein sogenanntes Mikrokalorimeter, das ist kein Gitterspektrometer mehr, das ist überhaupt kein optisches Element mehr, sondern es ist ein Halbleiterdetektor, der so ähnlich funktioniert, wie die Lichtsensoren in einer CCD-Kamera oder einer CMOS-Kamera, in einer Digitalkamera zum Beispiel oder wie eine Fotodione oder so. Nur, dass diese Detektoren eine unglaublich hohe Auflösung, also eine spektrale Auflösung besitzen und ein sehr gutes Signal-zu-Rausch-Verhältnis. Und das heißt, dieses Spektrum hier war revolutionär. Denn wenn man hier unten links schaut, das Blaue ist, was XMM-Newton aufgenommen hat und das Rote ist, was Hitomi geliefert hat. Und man sieht plötzlich, konnte man mit diesem neuen Detektor Details auflösen, die vorher undenkbar aufzulösen gewesen wären. Hier sieht man das komplette Spektrum mit den dominanten Elementen darin. Und hier sieht man diverse hereingezoomte Details aus diesem Spektrum, so ähnlich wie das hier unten. Und jetzt kann man sagen, ja, ist ja schön, jetzt wollen wir daraus auch Physik lernen. Das Problem sieht man hier an der roten und der blauen Linie. Die rote und die blaue Linie sind zwei Modellrechnungen. Und so funktioniert das in der Astrophysik. Eben weil wir nicht zu den Sternen fliegen können, um zu schauen, woraus sie gemacht sind, müssen wir einen Umweg gehen, um etwas über die Beschaffenheit der Objekte zu lernen. Was wir machen ist, wir bauen ein Modell, typischerweise im Computer, von unserem Objekt. Und dann lassen wir ausrechnen, wie das Spektrum aussieht, das wir erwarten zu sehen, vergleichen das mit unserer Beobachtung und dann drehen wir so lange an den Knöpfen unseres Modells, bis es mit dem übereinstimmt, was wir im Weltall gesehen haben. Und dann sagen wir, die Parameter unseres Modells entsprechen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Parametern dessen, was wir beobachtet haben. Das kann man aber sehen, dass es hier kleine Abweichungen gibt zwischen der roten und der blauen Kurve und auch zu dem gemessenen. Und das sind die beiden bestmöglichen, man sagt Fits, an die beobachteten Daten, die möglich waren mit diesen Modellen. Und jetzt kann man daraus leider schließen, dass die Aussagekraft dieser Messung heutzutage nicht mehr beschränkt ist durch die Auflösung unserer Instrumente und die Statistik, die wir sammeln können, also wie viel Licht wir einfangen können, sondern wir sind momentan beschränkt durch unser Wissen über die Atomphysik. Denn die Atomphysik ist was, benutzt wird, um die Modelle zu bauen. Wir müssen all diese mikroskopischen Prozesse, diese Anregungs- und Abregungsprozesse, Stöße von Elektronen mit Atomen und Ionen und die Wechselwirkung von Ionen untereinander, all diese Dinge, die müssen wir verstehen, um bessere Modelle zu bauen. Denn wenn wir nicht bessere Modelle haben, können wir leider nicht herausfinden, können wir leider nicht so genau herausfinden, woraus diese Objekte bestehen und was ihr Zustand ist, ihre Temperatur, Dichtgeschwindigkeiten und so weiter, wie wir das gerne möchten. Das heißt, wir können bessere Satelliten bauen, aber wenn wir nicht bessere Atomphysik haben, werden sie irgendwann wertlos. Und das führt mich jetzt zu meinem Lieblingswerkzeug. Es gibt viele Möglichkeiten im Labor, dabei zu helfen, bessere Atomphysik-Daten zu gewinnen. Es gibt zum Beispiel Teilchenbeschleuniger, mit denen beschleunigt man Teilchen und dann schießt man sie auf Folien und dann entfernen die alle Elektronen und dann hat man nachher hochgeladenen Ionen übrig und dann lässt man die wechselwirken mit zum Beispiel Elektronen und dann kommt da Licht raus. Aber das sind Riesenanlagen. Das hier ist eine sogenannte Elektronenstrahl-Ionen-Falle. Auf Englisch Electron Beam Ion Trap oder kurz EBIT. Und diese Maschinen sind relativ kompakt und sie sind meiner Meinung nach sehr schlaue Maschinen. Sie bestehen aus einer Elektronenkanone, die erzeugt, hier in gelb gezeichnet, einen Strahl aus Elektronen. Und dieser Strahl aus Elektronen wird durch eine Vakuumkammer geleitet. Die Elektronen wollen nicht zusammenbleiben. Ein Strahl aus Elektronen zu Formen ist sehr schwer, denn die sind alle negativ geladen und stoßen sich gegenseitig ab. Deshalb muss man sie ein bisschen zwingen, einen Strahl zu formen. Das macht man mit einem starken Magnetfeld. Dafür hat man hier so Magnetfeldspulen und hier in Violett sind die Feldlinien angedeutet. Und was jetzt passiert ist, die Elektronen, die kleben an den Magnetfeldlinien und werden mit dem Magnetfeld zum Zentrum der Falle hin komprimiert. Das heißt, man hat einen sehr dichten Elektronenstrahl hier im Zentrum. Und jetzt injiziert man ein Gas und die Atome aus dem Gas, die wissen erstmal nichts von diesem Elektronenstrahl. Aber wenn jetzt zufällig ein Atom in diesen Elektronenstrahl gerät und wird von einem beschleunigten Elektron aus dem Strahl getroffen, dann kann das ein gebundenes Elektron rauskicken aus dem Atom. Und plötzlich hat man ein einfach positiv geladenes Ion. Und dieses einfach positiv geladenen Ion, das sieht jetzt den negativ geladenen Elektronenstrahl, wird davon angezogen, gerät immer wieder in den Elektronenstrahl und kreist um den Elektronenstrahl und gerät in den Elektronenstrahl und wird immer wieder getroffen von hochenergetischen Elektronen, die man darauf schießt und verliert immer mehr Elektronen und kann auf diese Art und Weise in sehr hohe Ladungszustände versetzt werden. Das heißt, in einen Zustand, in dem die meisten der ursprünglich vorhandenen Elektronen entfernt worden sind. Dieser Prozess stoppt erst dann, wenn die genetische Energie der Elektronen nicht mehr ausreichend ist, um das nächste Elektron zu entfernen. Das heißt, auch durch Einstellen der Energie dieser Elektroden kann man einstellen, was für Ladungszustände man hier erzeugt. Jetzt sind die Elektronen in radialer Richtung hier gefangen von dem Strahl, durch die Anziehung durch den Strahl, aber sie könnten entlang der Achse entkommen. Um das zu verhindern, macht man zylindrische Elektroden um den Strahl, die sind hier angedeutet, und wenn man die beiden äußeren eine sehr hohe positive Spannung anlegt, dann bildet sich ein, was hier unten angedeutet ist, ein Potentialtopf, in dem die Elektronen auch in axialer Richtung gefangen sind. Und das heißt, das realisiert eine dreidimensionale Falle für unsere hochgeladenen Ionen, die an dem Ort gefangen sind, wo sie erzeugt werden. Und das ist super, denn so eine Maschine ist ideal, um Spektroskopie zu betreiben. Die Elektronen aus dem Elektronenstrahl, und jetzt geht der Elektronenstrahl hier in die andere Richtung, die stoßen unentwegt mit diesen Ionen zusammen, entfernen Elektronen, manchmal fängt sich so ein Ionen-Elektron aus dem Strahl ein, manchmal wird einfach nur angeregt durch so einen Stoß. Das heißt, hier kommt die ganze Zeit Licht raus, das durch diese ganzen energieübertragenen Prozesse in den Ionen deponiert worden ist, und wir können einfach hier mit einem Röntgendetektor das Spektrum dieses Lichts aufnehmen, und da sind dann all diese Übergänge, die uns interessieren, drin. Das Problem ist, was heißt Problem? Das nenne ich klassische Spektroskopie. Das ist genau das, was Bunsen und Kirchhoff auch gemacht haben. Die haben eine Probe genommen, haben die sehr heiß gemacht, haben sich das Licht angeguckt, das da rausgekommen ist, und haben mit, in ihrem Fall, mit einem dispersiven Element wie einem Prisma, oder in unserem Fall mit einem Germanium-Halbleiter-Detektor, misst man von jedem einzelnen Photon die Wellenlänge, und dann zeichnet man sich ein Histogramm all dieser Wellenlängen, also man zeichnet auch, wie viele Photonen von welcher Wellenlänge gekommen sind, und die ganzen Linien, die da drin sind, die sind unser Spektrum. Das Problem ist, so ein Photon wird bei der Detektion zwangsläufig vernichtet. Das heißt, man ist irgendwie limitiert, wie genau man von jedem einzelnen Photon die Wellenlänge messen kann. In anderen Wellenlängenbereichen, im infraroten und im optischen Bereich, hat sich eine andere Methode der Spektroskopie vor langer Zeit etabliert, und zwar die sogenannte Laserspektroskopie. Laserspektroskopie ist die Idee, dass ich nicht messe, welche Wellenlänge mein Licht hat, das herauskommt, sondern ich schicke einen Laser hinein und dieser Laser ist monochromatisch. Alle Photonen haben genau die gleiche Wellenlänge. Und wenn ich jetzt diese Wellenlänge durchstimme, also ich fange mit einer Wellenlänge an und ich fahre kontinuierlich bis zu einer anderen Wellenlänge, dann wird für die meisten Wellenlängen, die ich hineinschicke, diese Ionenwolke komplett transparent sein. Diese Ionen interessieren sich nicht für dieses Licht, weil es gibt keine passenden Übergänge, die angeregt werden können. Aber wenn man jetzt zufällig genau auf der Wellenlänge eines Übergangs sitzt, wird sehr effizient dieses Licht absorbiert und wird dann, weil man die Ionen in einen angeregten Zustand versetzt hat, in alle Richtungen wieder abgestrahlt. Und dann setzt man seinen Detektor hin und man zählt einfach nur. Und für die meisten Wellenlängen zählt der gar nichts. Aber wenn man einen Übergang getroffen hat, dann zählt der plötzlich sehr viel. Und weil Zählen ein fundamental sehr präziser Prozess ist, weil man weiß, ob man ein oder zwei oder drei Photonen hatte und man kann immer genauer werden, indem man einfach länger misst und die Wellenlänge vorher genauer auswählt, kann man im Prinzip mit Laserspektroskopie beliebig genau werden. Und wir wollten das auch mit Elektronenstrahl-Ionen-Fallen machen. Also die Idee ist, man hat hier so einen Laser und den überlagert man mit seinen Ionen hier und dann misst man das hier. Das ist eigentlich eine ganz einfache Idee. Das Problem ist, wenn alle Übergänge, an denen man interessiert ist, im Röntgenbereich liegen, es gibt keinen Röntgenlaser oder es gab keinen Röntgenlaser. Der Grund dafür ist, dass man für einen klassischen Laser braucht man einen Resonator und ein Resonator besteht aus unter anderem Spiegeln. Man braucht optische Elemente, aber einen Spiegel für Röntgenstrahlung zu bauen, ist unmöglich, denn die typischen Materialien, die man benutzen würde, sind für Röntgenstrahlung durchlässig. Das heißt, man kann keinen normalen Laser, wie man den in einem Laserpointer hat, auch für Röntgenstrahlung bauen. Man muss einen etwas komplexeren Weg gehen. Und das haben wir gemacht. 2010 haben wir das das erste Mal gemacht. Da sind wir mit unserer Elektronenstrahl-Ionen-Falle nach Kalifornien geflogen. Denn dort wurde gerade zu dem Zeitpunkt die sogenannte Lineage Coherent Light Source, LCLS, in Betrieb genommen. Hier sieht man ein Bild. Das ist ein alter Linearbeschleuniger. Der war vorher zwei Meilen, also ungefähr drei Kilometer lang. Von dem hat man die letzten zwei Kilometer umgebaut und beschleunigt da jetzt Elektronenpakete auf relativistische Geschwindigkeiten. Und dann packt man hier ans Ende einen solchen Aufbau. Das ist ein sogenannter Undulator. Das sind einfach Magnete, die abwechselnd in die eine und die andere Richtung gepolt sind. Und wenn man hier diese Elektronenpakete hineinschickt, dann werden die auf eine Art Schlangenlinienbahn gelenkt und beschleunigte Ladungen geben Strahlung ab. Das ist eine Konsequenz aus Maxwells Gleichung. Das ist der gleiche Grund, warum die Elektronen, die sich in der Antenne eines Funkgeräts auf und ab bewegen, Signale ausstrahlen, ist genau das gleiche hier. Hier haben wir Elektronen, die bewegen sich ganz schnell hin und her und die strahlen auch Licht ab, elektromagnetische Wellen. Und wenn man das auf die richtige Art und Weise macht, kommt hier Röntgenstrahlung raus. Und wenn man ein bisschen schlauer ist, dann kann man auch noch ausnutzen, dass es konstruktive Interferenz gibt und man kann einen Prozess ausnutzen, der heißt Self-Amplified Spontaneous Emission. Das ist ein Prozess, der dafür sorgt, dass das Licht, das hier am Ende herauskommt, genau die Eigenschaften eines Röntgenlasers hat. Das heißt, das Licht, das aus dieser Anlage herauskommt, hat genau die Eigenschaften eines Lasers, aber im Röntgenbereich. Ist natürlich ein bisschen größer als ein typischer Laserpointer, also zwei Kilometer ist ein bisschen mehr als zehn Zentimeter. Aber wir sind da hingeflogen, wir haben unsere Elektronenstrahl-Ionen-Falle hingebracht und das ist ein Bild davon, das ist die Flash-EBIT vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg und das Licht kommt von hier, wird hier ins Fallenzentrum gesendet und die Elektronenkanone sitzt hier auf der linken Seite, der Kollektor auf der rechten Seite, der die Elektronen wieder auffängt und hier ist das Fallenzentrum. Und man sieht hier unten rechts ein Bild der Ionenwolke in dieser Falle und das grüne Licht, was man hier sieht, das ist genau dieses Koroniumlicht, dieses grüne Licht von Eisen 13+, das man für ein anderes Element gehalten hat, das wir hier drinnen erzeugt haben und das man hier sehen kann. Hier sieht man auch, warum das so ein tolles Ziel für diesen Laser ist, weil das ist eine sehr lange, sehr dünne Wolke und wenn man die axial überlappt, dann hat man sehr viele Ionen, die mit sehr viel Licht interagieren können. Und dann packt man hier jede Menge Detektoren außenrum, Germanium-Detektoren, ein Mikrokalorimeter, Mikrokanalplatten, ein Gitterspektrometer, weil das Problem ist, wenn man einen Linearbeschleuniger hat, der nur für einen arbeitet, denn dafür da ist, nur für einen, für dieses eine Experiment zu laufen, dann kann man sich vorstellen, man darf kein einziges Foto, und das da rauskommt, verschwenden und deshalb haben wir damals sehr, sehr viele Detektoren an unsere Maschinen gebaut. Und der Grund, warum wir das gemacht haben, ist ein lang bekanntes Problem aus der Astrophysik, das sogenannte 3C-3D-Problem, was, es gibt, es gibt hier ein Spektrum in einer ganzen Reihe astrophysikalischer Objekte, das hier ist zum Beispiel Capella, das ist eine sehr starke Röntgenquelle, ein röntgenemittierender Stern am Himmel, und hier am oberen Bereich sieht man das Spektrum, das von Capella aufgenommen wurde, und hier gibt es diese zwei sehr prominenten Linien von Eisen 16+, hier 29 und 33, und hier unten sieht man das Modell, das gerechnet wurde, und das sieht eigentlich ganz gut aus, bis man dann bemerkt, dass diese Linie hier, das ist die Linie 3C genannt wird, dass die bis hier oben geht, das heißt, im Modell ist die viel höher vorhergesagt, als das wirklich beobachtet wird, und unsere Frage war, warum ist das so, und ist das, wenn wir es im Labor beobachten, auch so, also ist das Modell richtig, und ist mit der Beobachtung was falsch, oder ist die Beobachtung richtig, und ist mit dem Modell was falsch, kann ja sein, dass das Instrument hier irgendwie nicht sensitiv war, oder solche Dinge, oder dass andere Effekte im Plasma, in dem diese Ionen sich befinden, eine Rolle spielen, all diese Fragen haben wir versucht zu klären mit einem Laserspektroskopie-Experiment, bei dem wir das Verhältnis dieser beiden Linien, 3C und 3D, zueinander messen wollten, und das ist das Ergebnis, man sieht hier an der horizontalen Achse die Energie des Photonenstrahls aus dem Freielektronenlaser, und auf der vertikalen Achse sieht man die Zeit von einer Uhr, die synchronisiert ist mit dem Freielektronenlaser, der Freielektronenlaser schießt alle 8 Millisekunden einen Lichtpuls, und synchronisiert mit diesem 8 Millisekunden Rhythmus wird immer eine Uhr mitlaufen gelassen, und man sieht, dass hier immer zu einem bestimmten Zeitpunkt ein ganz starkes Signal zu beobachten war, und das ist eben das Signal von den Ionen, die genau dann, wenn das Licht in der Falle angekommen ist, angefangen haben, ganz stark zu strahlen. Hier sieht man diese beiden Linien 3C und 3D, und man sieht leider auch, dass hier jede Menge andere Linien sind, eine Linie A, eine Linie B, und es stellt sich raus, eine Linie C, die genau an der gleichen Stelle sitzt wie 3D, uns also alles kaputt macht. Diese drei Linien sind von einem benachbarten Ladungszustand, von natriumartigem Eisen 15 plus, und wir mussten also diesen Beitrag entfernen, und das haben wir so gemacht, dass wir ausgenutzt haben, dass unsere Elektronenstrahlung Ionenfalle auswählen kann, welche Ladungszustände wir erzeugen. Wir konnten hier die Mischung aus beiden messen, und hier einmal nur 15 plus einzeln, und dann zieht man das untere Spektrum von dem oberen ab, und man erhält ein Verhältnis der beiden Linien. Und es stellt sich raus, dieses Verhältnis stimmt mit dem überein, was beobachtet wurde, und das Modell scheint falsch zu finden. Aber es sind ein paar Fragen aufgekommen, und zehn Jahre später sind wir hier in Hamburg gelandet, am Synchrotron Petra 3. Das ist auch eine Röntgenstrahlungsquelle, die auch mit so einem Undulator arbeitet, wo aber die Elektronenpakete im Kreis fliegen. Und so sah das dann da aus, und hier sieht man die Flash-Ebit, die ich Ihnen schon gezeigt habe, auf der linken Seite, und auf der rechten Seite sieht man unser neues Baby. Das ist die sogenannte Polar-X-Ebit. Das ist eine sehr kompakte, kleine, moderne Elektronenstrahlung-Ionenfalle, die wir dann für diese Experimente benutzt haben. Und das ist das Ergebnis. Wir haben wieder die Linie 3C und 3D gemessen, und Sie können sofort sehen, zehn Jahre später sieht das Spektrum viel schöner und sauberer aus. Und was wir vor allem machen konnten, wir konnten endlich die Auflösung unseres Instruments so weit erhöhen, dass wir die Linie 3D von der Linie C trennen konnten. Und das heißt, wir hatten diese Kontamination nicht mehr, und wir konnten, indem wir auch weitere Verbesserungen im Experiment durchgeführt haben, verschiedene systematische Effekte ausschließen, und es stellt sich heraus, jetzt sind wir in Übereinstimmung mit dem Modell und müssen versuchen, herauszufinden, warum es im Weltall anders aussieht. So kann das passieren. Wenn man lang genug an etwas arbeitet, kann es sein, dass man sich irgendwann selbst widerspricht. Und zum Vergleich sieht man hier unsere Messung von LCLS in grün und die neue Messung in blau, und man sieht, dass wir wirklich Größenordnung besser und sauberer geworden sind. Okay, und das ist jetzt das Letzte, was ich Ihnen heute zeigen wollte, weil ich finde das faszinierend, wenn man Atomphysik versteht, kann man plötzlich schwarze Löcher zählen. Das ist eine Publikation, die kam vor kurzem heraus, und es gibt schwarze Löcher in unserer Milchstraße. Das ist ein Bild des Zentrums unserer Milchstraße. Hier in der Mitte ist das große, gigantische, supermassive, zentrale, Sagittarius A schwarze Loch unserer Milchstraße, und die Vermutung liegt nahe, dass es außenrum auch viele kleine schwarze Löcher gibt. Und jetzt ist die Frage, wie findet man raus, wie viele davon? Naja, so wie es Sterne nicht nur einzeln, sondern auch in Doppelsternensystemen gibt, kann sich auch ein schwarzes Loch in einem Binärsystem befinden. Und was dann passiert ist, dass wenn ein Stern um ein schwarzes Loch kreist, dann reißt dieses schwarze Loch Materie von dem Stern, und das fliegt dann auf diese Akkretionsscheibe, die um das schwarze Loch kreist, und die Materie stürzt langsam in den Ereignishorizont des schwarzen Lochs. Und was dabei passiert ist, dass diese Materie sich aufheizt, wenn sie immer näher ans schwarze Loch kommt. Und sie heizt sich so weit auf, dass sie hunderte Megakelvin Temperatur erreicht und dementsprechend die meisten Atome komplett ionisiert werden, verlieren alle ihre Elektronen. Nur schwere Elemente können ihre innersten gebundenen Elektronen bei sich behalten. Zum Beispiel Eisen. Eisen hat einen so positiv geladenen Kern, dass es selbst bei diesen hohen Temperaturen wenigstens ein oder zwei Elektronen bei sich behalten kann. Und das heißt, die einzigen Emissionslinien, die man erwartet, von so einem Objekt zu sehen, sind Emissionslinien von hohen Ladungszuständen, von schweren Elementen, wie zum Beispiel Eisen. Und ein Kern davon ist die sogenannte K-Alpha-Linie von heliumartigem Eisen 24+. Und wenn man jetzt ein Objekt findet, das eigentlich nur diese eine Linie abstrahlt, weiß man, es muss ein Binärsystem mit einem schwarzen Loch sein. Und jetzt hat man solche Objekte gefunden und hat sie gezählt. Und man fand ungefähr 500 davon im Zentrum der Milchstraße. Und wenn man jetzt sagt, schwarze Löcher in Binärsystemen sind ungefähr relativ genauso häufig im Vergleich zu einzelnen schwarzen Löchern, wie es Sterne in Binärsystemen zu einzelnen Sternen sind, kann man ausrechnen, dass im Zentrum unserer Milchstraße ungefähr 20.000 schwarze Löcher herumkreisen. Das fand ich sehr interessant. Und man kann sogar noch mehr lernen, wenn man diese Linie von Eisen 24+, sich anschaut, die hier von diesem Ereignishorizont des schwarzen Lochs kommt, dann bewegt die sich natürlich mit relativistischer Geschwindigkeit in einem hochrelativistischen Umfeld, wo die Raumzeit selbst gekrümmt ist. Das heißt, diese schöne Spektrallinie, die eigentlich schön symmetrisch sein sollte, wird total verformt. Und man kann aus der Beobachtung der Formen dieser Spektrallinie sehr viel lernen über die Materie, die hier in das schwarze Loch fällt. Das Problem ist, um das machen zu können, muss man wissen, wie diese Linie aussieht, wenn die Materie in Ruhe ist. Und deshalb haben wir das mit unserer Elektronenstrahlionen-Falle auch gemacht. Wir haben hier Eisen 24+, in unserer Falle. Hier ist die Photonenenergie. Hier haben wir zwei verschiedene Linien von Eisen 24+, aber das ist die interessante, haben hier gescannt und haben unser Signal wieder gemessen und dann sieht man hier, wir haben nicht nur diese eine Linie gemessen und diese andere, sondern wir haben viele Linien gemessen, aber das ist die interessante Linie und man sieht, dass wir die Breite dieser Linie messen konnten und richtig schön die Form dieser Linie messen konnten und dass das wirklich die Form dieser Linie ist, sieht man daran, dass wir hier eine andere Linie gemessen haben, die eine andere Form hat. Das heißt, das ist nicht instrumentell bestimmt, sondern das ist tatsächlich durch die Atomphysik bestimmte Form dieser Linie. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich möchte Sie noch mal darauf hinweisen, dass es natürlich nicht nur diesen einen Ladungszustand von Eisen gibt, wir schauen uns jede Menge verschiedene Ladungszustände von Eisen und von anderen Elementen an und es gibt so viel Atomphysik-Daten, die noch nicht bekannt und noch nicht gemessen sind oder nicht genau gemessen sind und die wir im Labor produzieren müssen, damit die Astrophysik ihre Arbeit machen kann. Und damit möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass schon in zwei Tagen hier der nächste Vortrag bei Faszination Astronomie online stattfindet, hier von Dr. Martin Kürster vom Max-Planck-Institut für Astronomie. Wie groß ist das Universum? Und wenn Sie Lust haben und Sie haben es noch nicht gemacht, dann können Sie ja auch hier bei YouTube vielleicht auf Subscribe klicken. Sie würden den Leuten hier vom Haus der Astronomie wahrscheinlich eine große Freude machen. Okay, ich habe schon die erste Frage bekommen. Die Frage ist, hätte Newton mit seinem Versuchsaufbau eigentlich schon Absorptionslinien bemerken können? Ich würde vermuten, er hätte es gekonnt, weil er hatte jetzt nicht wirklich dramatisch schlechtere Prismen zur Verfügung als zum Beispiel Fraunhofer, wobei da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt, wie viel technisches Know-how in der Zwischenzeit entwickelt wurde, weil die optische Qualität muss natürlich da sein. Aber ich weiß gar nicht, ob Newton das so wichtig war, weil Newton war mehr an der Farblehre interessiert und Newton hat zum Beispiel dem Englischen den sieben Grundfarben die Namen gegeben und das war alles ein bisschen mehr esoterisch zurzeit. Ich hoffe, das war ausreichend. Nächste Frage, lassen sich die Spektren der hochgeladenen Ionen auch mittels Quantenmechanik voraussagen oder sind da nur Experimentalphysik? Nein, das ist natürlich lassen sich solche Spektren im Prinzip vorhersagen. Wir verstehen die Atomphysik sehr gut. Das ist jetzt nicht nur Quantenmechanik, sondern um für diese schweren Systeme das zu machen, muss man sogar Quantenelektrodynamik Rechnungen betreiben. Das Problem ist, dass für Systeme, wo wir nur einen Elektron haben, also ein wasserstoffähnliches Ion zum Beispiel, da funktioniert das, aber sobald wir mehr Elektronen hinzufügen, wird der Rechenaufwand so groß, dass die Experimente einfach einfacher sind. Sie sind genauer und außerdem müssen unsere Kollegen aus der Theorie leider zu jeder Menge numerischen Tricks auf dem Computer greifen, um überhaupt Rechnungen zum Abschluss bringen zu können. Das heißt, es sind viele Näherungen involviert und man muss diese Vorhersagen aus der Theorie dann wenigstens mit dem Experiment testen, um sicher gehen zu können, dass die auch ausreichend gut sind. Okay, nächste Frage. Bei Raumschiff Enterprise waren Chekhov vor allem Ionensturm. Sind Ionenstürme reine Science Fiction oder können die für Raumsonden gefährlich sein? Nein, die sind keine Science Fiction. Ich weiß nicht, ob man die Ionenstürme nennen würde, aber wir kennen den Sonnenwind, der von der Sonne kommt. Und das sind geladene Teilchen. Ich habe am Anfang diese Protuberanz gezeigt auf meiner Startfolie. Das sind geladene Teilchen, die von der Sonne ausgespuckt werden ins Weltall. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man da so hochenergetische, hochgeladene Teilchen hat und die wechselwirken dann mit Materie, zum Beispiel in einem Satelliten oder im Raumschiff Enterprise, dann können die die Elektronik durcheinander bringen. Und das ist der Grund, dass wenn immer so ein Sonnensturm stattfindet, auch tatsächlich Satelliten vorsichtshalber ausgeschaltet werden, um zu verhindern, dass die Schaden nehmen. Okay, wird eigentlich das Röntgenlicht bei Chandra auch normal mit CCD-Chips detektiert? Ja, ich gehe mal zurück zu Chandra, Moment. Hier hinten sieht man, das ist ein ganz, ich würde jetzt nicht sagen, eine ganz normale CCD-Kamera, aber es ist eine CCD-Kamera. CCD-Kameras konvertieren einfach ein Photon, das absorbiert wurde in einem Halbleiter, in Elektronen, die vom Valenz ins Leitungsband angehoben werden. Und Röntgenlicht ist fundamental nicht anders als optisches Licht, nur, dass die Energie pro Photon sehr viel höher ist. Das heißt, in so einem CCD-Chip werden jetzt die einzelnen Photon pro Photon in viel mehr Elektronen umgesetzt. Okay, der Ionisationsprozess unterliegt ja der Quantenmechanik. Damit hängt die Ladungsgröße von einer Wahrscheinlichkeitsfunktion ab. Gibt es da auch Elemente, die extrem kurzlebig sind? Naja, der Ionisationsprozess unterliegt der Quantenmechanik, ja, das stimmt. Ionisation ist fundamental nichts anderes als eine Anregung, nur keine Anregung in einen höher gelegenen Energiezustand, sondern ins Kontinuum. Das ist im Prinzip, der freie Raum um ein Atom enthält unendlich viele, unendlich dicht beieinander liegen quantenmechanische Zustände für unser Elektron und die bezeichnen wir dann als freies Elektron. Aber wenn das, es ist so, dass wenn das Elektron einmal weg ist, wenn es wegionisiert ist, dann befinden wir uns in dem nächst höheren Ladungszustand. Und dieser Ladungszustand ist bereits in seinem elektronischen Grundzustand. Wir sozusagen, wir betrachten es immer nur dann als abgeschlossene Innotation, wenn das Elektron komplett weg ist und nicht wiederkommt. Es gibt allerdings Prozesse, in denen ein Elektron kurzzeitig ins Kontinuum geht und dann wieder eingefangen wird und dann wieder Licht abgestrahlt wird, aber wenn die sehr kurzlebig sind, dann merken wir die gar nicht, weil für uns sieht es so aus, ein Photon geht rein, ein Photon geht raus, das ist genauso, als wäre das Photon einfach durchgeflogen. Womit beschäftigen Sie selber sich aktuell in Ihrer Forschung? Das ist eine gute Frage. Ich fahre jetzt demnächst, jetzt am Freitag, wieder nach Hamburg, da findet wieder eine Messung statt, bei der wir uns wieder mit dieser kleinen Polar-X-Ebit bei Petra 3 am Synchrotron der Spektroskopie von verschiedenen hochgeladenen Ionen, die für die Astrophysik interessant sind, widmen. Und es gibt so ein paar Aspekte meiner Forschung, die natürlich jetzt nicht direkt mit der Astrophysik zusammenhängen, zum Beispiel Bau und Entwicklung besserer Ionen fallen. Das ist der technische Aspekt unserer Arbeit, dass wir natürlich auch die Maschinenphysik verstehen müssen. Und ich arbeite jetzt bei der GSI in Darmstadt. dort arbeite ich auch im Umfeld von Beschleunigern zum Beispiel. Und manche von den Technologien, die wir für die Astrophysik verwenden, diese Röntgenspektroskopie, ist auch für andere Leute interessant, zum Beispiel für Leute, die Beschleuniger bauen, weil für die ist auch wichtig, was passiert denn, wenn es zum Beispiel so ein hochgeladenes Ion in unserem Beschleuniger, wenn das plötzlich auf Gasmoleküle trifft, aber hauptsächlich beschäftige ich mich mit der Röntgenspektroskopie, mit Anwendungen der Astrophysik. Nächste Frage, wer ist denn auf die Idee gekommen, solche Ionenfallen zu bauen? Naja, wer auf die Idee gekommen ist, also die Geschichte der Electron Beam Iron Traps, der EBITS, die ist ein bisschen komplizierter und die Idee kam ursprünglich aus Russland tatsächlich, aus Dubna, in einem Forschungszentrum, wo eine sogenannte Electron Beam Iron Source gebaut wurde. Das ist der Vorläufer davon, wo man in Ermangelung großer Beschleunigeranlagen in der Sowjetunion versucht hat, anderweitig Ionen in hohen Ladungszuständen für diese fundamentale Physik, man kann damit auch ganz toll Quantenelektro Elektrodynamik Vorhersagen testen und solche Dinge zu bekommen und da war dann die Idee, das können wir doch durch diese sukzessive Ionisation durch Elektronenstoß machen, dann können wir die Anlage sehr kompakt machen, die kostet weniger Geld, braucht weniger Strom. Und dann später wurde diese Idee weiterentwickelt von meinen Kollegen am Lawrence Livermore National Laboratory in Livermore in Kalifornien, das ist in der Nähe von San Francisco und dort wurde dann die Idee hinzugefügt, dass wenn man die Ionen nicht nur erzeugt, sondern gleichzeitig auch einsperrt mit diesen zylindrischen Elektroden außenrum, dann hat man mehr Zeit, um in höhere Ladungszustände zu kommen und man hat dann diese Ionen direkt zur Verfügung, um mit einem Spektrometer draufzuschauen. Das heißt, es hat in der Sowjetunion angefangen, wurde dann in den USA weiterentwickelt und inzwischen ist, würde ich sagen, Deutschland einer der Hauptstandorte an den Elektronenstrahl-Ionen-Fallen gebaut und betrieben werden, zusammen mit Japan zum Beispiel. Okay, nächste Frage. Wie sieht denn die typische Verteilung des Ionisationsgrades aus, falls es sie denn gibt? Nun, die Verteilung des Ionisationsgrades, ist, ich habe ja diese Darstellung gezeigt, wo man die verschiedenen Ionisationspotenziale sehen kann und typischerweise, wenn man in einem thermischen Plasma ist, dann hat man eine sehr breite Verteilung, denn man hat auch sehr viele Elektronen mit sehr vielen verschiedenen kinetischen Energien und man hat immer diesen sogenannten Maxwell-Schwanz, das sind die ganzen Elektronen, die sehr hohe Geschwindigkeiten haben, die eben auch erlaubt sind in einem thermischen Plasma, hat man eine sehr breite Verteilung. In einer Elektronenstrahl-Ionen-Fall ist die Verteilung immer sehr viel schmaler. Das liegt daran, dass der Elektronenstrahl eine wohl definierte Energie hat. Das heißt, typischerweise werden die Ionen bis sehr nah an den Ladungszustand, der maximal erzeugt werden kann, ionisiert, aber natürlich ist der Elektronenstrahl immer noch da und ein paar Ionen rekombinieren in niedrigere Ladungszustände, aber typischerweise, wenn man jetzt in einem hohen Ladungszustand ist wie Eisen24+, dann wird die Verteilung der Ladungszustände sich so um plus minus zwei oder drei Ladungszustände erstrecken, um diesen einen Ladungszustand herum. Nächste Frage. Sehen die heutigen Teilchenfallen noch so aus wie zu Wolfgang Pauls Zeiten? Was würde wohl heute sagen? Ja, tatsächlich gibt es auch hier in Heidelberg am Max-Bank-Institut für Kernphysik gibt es Paul-Fallen und die sehen fundamental nicht anders aus als die Paul-Falle von Wolfgang Paul. Das Prinzip ist immer das gleiche. Die großen Innovationen sind eher in der Fertigungstechnik. Man kann präziser bauen, man kann die Abstände besser einhalten, man kann komplizierte Geometrien realisieren, die Vakuumtechnik ist besser geworden und die Möglichkeiten, die wir haben, und da bin ich gar nicht drauf eingegangen, aber in einer Elektronenstrahl-Ionen-Falle, um dieses starke Magnetfeld zu erzeugen, braucht man supraleitende Magnetspulen. Die Flash-Ebit hat ein 6-Tesla-Magnetfeld und um ein 6-Tesla-Magnetfeld zu erzeugen, braucht man supraleitende Spulen, die müssen dann auf kryogene Temperaturen abgekühlt werden. Und das macht man dann, früher hat man das mit flüssigem Helium gemacht und heute gibt es sogenannte Kaltköpfe, das sind Kühlschränke, aber die sind so effizient, die benutzen Helium als Kühlmittel, dass sie wirklich auf quasi 4-Kelvin-Temperatur herunterkühlen können. Und diese Fortschritte in der Technologie haben es uns erlaubt, zum Beispiel auch kryogene Paul-Fallen zu bauen. Und das heißt, dass keine Wärmestrahlung mehr von außen auf unsere gefangenen Teilchen trifft und dass sie deshalb bis in den quantenmechanischen Grundzustand ohne Vibration, ohne Rotation, ohne alles heruntergekühlt werden können. Ich denke, Wolfgang Paul würde heute wohl sagen, so hätte ich das auch gemacht, wenn ich schon die Technologie zur Verfügung gehabt hätte. Okay, nächste Frage. Stimmt es, dass die meisten Linien im Sonnenspektrum von Eisen stammen? Falls ja, warum ist das so? Ich weiß nicht, ob es die meisten Linien sind, aber sehr viele Linien im Sonnenspektrum stammen von Eisen. Das hat mehrere Gründe. Erstens ist Eisen ein sehr häufiges Element. Wenn man sich die Verteilung der Häufigkeiten von Elementen im Universum anschaut, dann sieht man, dass es natürlich sehr viel Wasserstoff und sehr viel Helium gibt und dann nimmt die Häufigkeit tendenziell ab. Aber bei Eisen gibt es einen Ansprung in der Häufigkeit. Eisen ist sehr viel häufiger als die ganzen mittleren Z zwischen Wasserstoff und Eisen. Der Grund dafür liegt in der Kernphysik tatsächlich, weil die Elemente im Universum sind im Inneren von Sternen erbrütet worden durch Fusion. Und es stellt sich heraus, dass dieser Prozess bei Eisen stoppt, weil wenn man von Eisen zum nächst schweren Element gehen will, muss man mehr Energie hineinstecken, als man durch Fusion herausbekommt. Und weil Eisen das Ende dieser Fusionskette ist, in der Elemente im Universum im Inneren von Sternen erbrütet werden können, ist Eisen sehr häufig. Alle anderen noch schwereren Elemente sind in seltenen hochenergetischen Prozessen wie Supernova Explosionen zum Beispiel entstanden. Und deshalb gibt es davon viel weniger. Es gibt also einfach sehr viel Eisen im Vergleich zu den meisten anderen Elementen und wenn man dann zu den häufigeren leichten Elementen kommt, haben die einfach weniger Spektrallinien, weil sie weniger Elektronen haben. Wenn sie weniger Elektronen haben, gibt es weniger Kombinationsmöglichkeiten, um Übergänge zu machen, von einem Zustand in einen anderen. Und wenn man weniger Übergänge hat, äußert sich das direkt in der Tatsache, dass man weniger Spektrallinien sieht. Das heißt, Eisen ist das komplexeste häufige Atom, das wir haben. Das heißt, es hat Natur gegeben die meisten Übergänge. Okay, nächste Frage. Wie sieht der Zeithorizont zwischen Idee, Planung und Realisierung von Experimenten in ihrem Forschungsbereich aus? Das ist bei uns relativ schnell. Natürlich ist Planung und Bau von so einer Elektronenstrahl-Ionen-Falle ist etwas, was sich eher auf der Jahreszeitskala bewegt, aber wenn wir eine Idee für ein Experiment haben, ist die typische Zeitskala ein halbes Jahr, bis zu einem Jahr. Das liegt daran, dass wir immer zu diesen Strahlungsquellen fahren müssen. Freie Elektronenlaser, Synchrotron-Strahlungsquellen, die haben wir ja nicht in unserem Labor rumstehen, sondern müssen wir irgendwo hinfahren, zum Beispiel nach Hamburg oder in die USA fliegen. Und typischerweise gibt es einmal alle sechs Monate von diesen Einrichtungen einen Aufruf, um Vorschläge für Experimente einzureichen, sogenannte Proposals. Und dann setzen wir uns hin und dann schreiben wir ein Dokument, da sagen wir, das ist interessant, weil deshalb, und das können wir daraus lernen, und dann sitzt da ein Gremium und die haben jede Menge so Vorschläge vor sich liegen und wenn die sagen, dass das, was wir vorgeschlagen haben, es wert ist, gemacht zu werden, dann bekommen wir typischerweise eine Woche Zeit und das ist dann irgendwann im Lauf der nächsten sechs bis zwölf Monate und da fahren wir dann hin und dann haben wir eine Woche Zeit, unsere Messung zu machen und während wir dann die Daten auswerten, die wir bei dieser Messung gemacht haben, machen wir uns schon Gedanken darüber, was wir in den nächsten Antrag reinschreiben. Also die typische Zeitskala ist auf einem halben Jahr zwischen Idee und Durchführung des Experiments. Natürlich kriegt man nicht jedes Mal sein Experiment genehmigt, manchmal muss man Jahre warten, bis man Zeit bekommt, bekommt es nie, das ist dann aber eher Politik und weniger Physik oder Technologie. Es gibt natürlich komplexere Experimente, wo man auch mehrere Jahre daran arbeitet, aber wenn man mal so eine Anlage hat, wie wie unsere elektronische Ionen fallen, dann kann man sehr häufig sehr interessante Experimente machen und wenn wir nicht bei diesen Strahlungsquellen sind, dann haben wir diese Ionen fallen natürlich bei uns im Labor stehen und unsere Studenten zum Beispiel machen jede Menge interessante Messungen und machen dann ihre Bachelor arbeiten, ihre Master arbeiten, ihre Doktor arbeiten damit. Okay, wie wahrscheinlich ist es, dass bei so vielen schwarzen Löchern in der Milchstraße auch eins in unserer direkten Nähe schlummert? Kommt drauf an, was man unter direkter Nähe versteht. Sehr unwahrscheinlich, würde ich sagen, denn wenn es in unserer direkten Nähe wäre, hätten wir das schon bemerkt, denn diese Aggressionsscheibe um so ein schwarzes Loch ist, wenn es in so einem Binärsystem sich befinden würde, sehr hell und strahlt in allen Wellenlängen Bereichen ab und ist ein sehr auffälliges Merkmal am Himmel, aber generell ist die Milchstraße sehr, sehr leer. Der Abstand zwischen Sternen in der Milchstraße ist so groß, dass eigentlich nichts in unserer direkten Nähe ist. Ich glaube, das ist die beste Art und Weise, wie man das beschreiben kann. Okay, wir haben keine weiteren Fragen, deshalb möchte ich noch einmal auf den Vortrag in zwei Tagen hier bei Faszination Astronomie Online hinweisen und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit